So, wir haben ein paar Sprühdosen gekauft, um das Auto schwarz zu lackieren. Gerade ist es silber. Jawohl, jawohl, jawohl. Wir machen ein Social Experiment. Ein Social Experiment nochmal. Ja, und zwar von dem Lack auf silber zu matt-schwarz. Und Grundierung, Entfetten, das interessiert uns alles nicht. Einfach drauf. Einfach drauf mit dem Müll und die Farbe, die war auch qualitativ hochwertig. Das ist von Action. Das kann nur klappen. Das kann nur klappen. Und jetzt schnell hinter. Nichts wie hinter. So, erstmal machen wir alles dicht mit Zeitung. Um alle Zeitung vom Norma. Ja, gleich wird der schwarz. Ja, aber hallo. Aber hallo. So mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ja, das stimmt wohl. Ja, mitten auf dem Platz machen wir das. Höchstens spielt keine Rolle. Einfach lackieren. Einfach lackieren. Ja, bald haben wir es geschafft mit Zeitungen. Aber hallo. Gleich wird es dunkel, aber egal. Wir machen einfach weiter. Ich lackiere bis 74 Uhr. Bis übermorgen. So, jetzt haben wir alles zugespachtelt. Jetzt können wir loslegen. Jetzt geht es los, Marvester. Jetzt geht es los. So, jetzt geht es aber los. Jetzt geht es los. Probieren. Sieht aus wie in ein. Jawoll, Junge. Jawoll. Wir müssen nur näher dran gehen hier. Wir sehen uns gleich. Die erste Hälfte haben wir schon mal. Sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Jetzt geht es mal. Geil. Geil. Nicht mehr viel. Nur noch ein Motorhaube. So, nur noch die Seite. Dann sind wir durch. Part 2. Jetzt wird die Scheisse abgezogen. Gucken, ob alle heile geblieben sind. Sieht doch geil aus. Sieht doch einfach geil aus. Jetzt guckst du, ne? Junge, Junge. 80er Reifen ist da. Das hier ist unser neues Auto. Ich, aber auch ihr. Wir alle werden zusammen Spaß haben an dem Eimer hier. Und jetzt ziehen wir mal ab.